Einen wunderschönen guten Morgen. Apples Safari-Browser, der durchlebte einen aufregenden Sommer. Ich fand es auf jeden Fall spannend, von Beta-Version zu Beta-Version den Design-Stolpereien zuzuschauen. Was letztendlich daraus geworden ist, das können wir alle auf unseren iPhones und iPads anschauen, dachte ich mir und dann fielen mir diverse Kleinigkeiten, Neuerungen und Änderungen ein, die man unbedingt einmal kompakt besprechen müsste.